Pädagogisches Hallo und herzlich willkommen hier in der Pädagogikzentrale. Wir spielen heute eine Runde Bomblobbers auf dem Mindplex-Server. Mit dabei ist der Tankl. Hallo. Und die Leute aus dem TS im Hintergrund. Wir dachten, wir machen das mal auf die Schnelle. Ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, also wir haben ganz eben, haben Tankl und ich so ein bisschen getestet, was wir noch aufnehmen könnten für Dienstag. Und dann kamen wir auf die Idee, ja, Bomblobbers war dann in den Arcade-Games drin und dachten wir, ey, das könnten wir eigentlich machen, indem wir das mit allen hier machen. Und dann haben wir einfach im TS eine Nachricht geschrieben. So, los geht's. So, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt. Lieber Tankl. Oh, was ist denn das für eine Map? Echt so, wo bist denn du? Und schmeiß die Plastikbomben fliegen. Ich bin tot. Ich auch. Was ist scheiße? Was? Ich bin tot. Go. Ah, jetzt sind wir wieder auf dem Schiff. Ich verziehe mich mal hier rein. Ja, ja, ich gehe auch erst mal ein Stück weg. Hab da keinen Bock mehr drauf, direkt gekillt zu werden. Da kommt ja was geflogen. Ey, du verlierst bei jedem TNT drei Herzen, ne? Echt? Ja. Oh, oh. Ich bin aber gerade eben direkt gestorben irgendwie. Keine Ahnung. Oh, ich bin auch schon wieder tot. Echt? Ich lebe noch. Noch. Was ist denn das? Das finde ich nicht okay. Komm, komm, komm. Mein Team, ihr macht was. Nein. 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 Jawohl, das blaue Team hat rasiert. Ich habe mich für mein Team geopfert. Okay, das ist... Ich muss jetzt erst mal weg hier. Ich auch. Erst mal... Erst mal safe in Sicherheit bringen. Geh weg, bitte. Lasst mich alle in Ruhe. Den da auf dem Baum, den will ich... What the fuck? Er schießt einfach drei Stück auf mich. Ja, ja, ich bin jetzt ein bisschen auf defensiv gegangen. Einfach aus dem Grund. Und ich habe noch... Gehst du hinter mir weg, Hartree? Das ist nicht schön. Ich bin tot. Als Erster bin ich gestorben. Ja, so ging es mir vorhin. Oh, das war knapp, Hartree. Ich wäre fast gekillt. Nein, 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 nein. Geht weg, geht alle weg. Lasst mich in Ruhe. Ah! Habt ihr gewonnen? Feuer! Ich lebe noch. Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Komm, komm, komm. Wir müssen nur die Gegner killen. Wir müssen nur die Gegner killen. Das müssen wir gar nicht tun. Und ich würde sagen, Tancel, wie sieht es aus bei dir? Was macht dein Team eigentlich? Lebst du noch? Nee, nee, ich bin leider tot. Wie immer. Wie immer. Armes Tankel. Bin doch nicht so cool. Und zack. Ich habe jetzt noch eine Taktik gefunden, wie ich noch ein bisschen länger überleben kann. Einfach ein bisschen im Abstand hinten dran bleiben. Und jetzt... Oh, 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 warte. Da ist TNT. Äh! Ach man, reckt sogar wieder. Oh, da kommt TNT geflogen. Komm. Jetzt zerbombt. Ach, da oben ist noch eine. Jetzt aber. Jawoll! Team Blau hat gewonnen. Babuza. 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 Aber Tancel, wie fühlt man sich so, wenn man verliert? Ähm, solltest du eigentlich besser wissen als ich. Nee, nee, ich habe mit... Hier, ich habe echt gute Leute in meinem Team, die wissen, wie man mit Bomben umgeht. Ja. Oh, neue Map, neue Map, neue Map, neue Map, Leute. Das ist richtig geil gemacht. Oh, geil. Coole Location. Ja, finde ich auch. Da auch was. Komm. Oh, oh. Da fliegen die Bomben! Ach, wenn man, glaube ich, was trifft, kriegt man mehr Bomben das nächste Mal, ne? Ja. Also, wenn du einen Spieler killst. Ach, Tancel, was ist denn mit dir los? Oh, da kommt eine Bombe geflogen. Ich weiß es nicht. Ich bin nicht in Form, glaube ich. Ja, komm, komm, komm. Ah, oh, das... Oh, 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 oh. Hier geht es tief runter schon. Ah, aufs Sprung rein. Und gib ihm! Du gewinnst einfach schon wieder. Jawoll. Finde ich gut, finde ich gut. Wer ist denn noch in deinem Gegnerteam? Hier, Julian ist noch in deinem Gegnerteam. Das ist doch schön. So, guck mal. Julian, versuch dir noch was zu packen. Oh, Julian ist jetzt leider ausgeschieden. Und da hinten ist noch einer, den will ich mir jetzt holen. Ach, verdammt, der läuft weg! Ihr habt gewonnen. Jawoll! Schon. GG. Leute, kommt alle zu mir. Alle Guten zu mir. Ich will auch mal gewinnen. Das denkst du auch nur du? Ne, ne, logisch. Jawoll, was machst du da? Ne, ne, bleib bei mir, bitte. Warum bist du im Gegnerteam? Dominik, auch noch bitte zu mir. Ja, Tancel, das ist... Wer Joro zum Team hat, hat eh schon verloren. Nein, nein, nein. Jetzt werden wir gewinnen. Ich werde es dir zeigen. Okay, wann willst du ein Permabun? Ja. Oh, das war die Map, an der ich relativ lange überlebt hatte. Das war die Map, wo ich nach zwei Sekunden tot war. Okay, warte, dann lass mich dich bitte killen. Ne, ne, ich habe mich schon versteckt. Nein, ich bin tot. Was? Ich bin einfach tot. Jawoll! Wow. Ich habe noch... Nein, ich habe noch zwei... Ich habe noch ein Herz. Ich habe noch ein Herz. Auf geht's, Leute. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Jawoll, wir gewinnen. Äh, äh. Auf geht's, töte Thomas. Fokussiert ihn. Ich habe halt echt noch zwei Herzen. Jawoll, da fliegt einer durch die Luft. Jetzt bist du tot. Nein! So. Jetzt den Redstone-Block. Ja, ja, habe ich gemacht. Hatri, überlebt das bitte. Hatri! Ja! Ach, verdammt. What the fuck? Ich wäre fast so runtergefallen. Okay, ich würde sagen... Ey, die Map ist aber ein bisschen verwurzelt. Also verwachsen, finde ich. Das ist natürlich eine gute Map, um so ein bisschen sich zu vercampen hier hinten dran. So. Wow, hier hat es gerade geruckelt. Nein, 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 nein. D, 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 D. Nein! Ey, ich habe gerade meine eigene Welt weggesprengt, glaube ich. Ja, wir gewinnen schon wieder. Ne, 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 ne. Das sagst du jetzt. Ja. Ach, du lebst noch. Ich dachte, du hast tot. Ich lebe natürlich noch, aber ich muss aufpassen, weil ich nämlich gerade gesehen worden bin. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Nein! Sehr schön. Okay, komm, komm, komm. Macht was. Logischer One. Ich baue auf dich. Komm. Tu was. Komm ich da rüber eigentlich, auf die andere Insel? Ja, du kannst da rüber laufen. Echt? Ja, mach mal. Aber mit Doppeljump komme ich dann bestimmt rüber, oder? Ja, klar komm ich da rüber. Mach mal. Ja? Ja. Meinst du das gerade ernst? Ja, natürlich meine ich so was ernst. Ja, mach mal. What? Ich bin einfach in der Luft gestorben. Ich hätte es locker geschafft. Nehm trotzdem. Nein! Bitte alle in mein Team, danke. Bitte, bitte, bitte. Bitte alle guten in mein Team, danke. Oh, ich bin in den Maschinenraum gelandet. Scheiße. Hilfe, ich komme hier unten gar nicht mehr raus. Nein! Schnell raus da. Ach, doch, da komme ich wieder raus. Oh, das wird ein knappes Battle. Ich habe einen gekillt. Okay. Drei gegen drei noch. Ja. Oh mein Gott. Ja, der fokust halt mich. Wow, ich bin tot! Von Costa. Costa? Das kommt davon, wenn man mit Leuten im TS aufnimmt, die dann auch mit im Channel sind, ja? Deprimierend hoch drei. Costa, du kriegst gleich den Move-Rang wieder. Kannst du davon ausgehen? Oh, ich bin auch tot. Komm, komm. Auf geht's, Costa, bitte. Komm, Big Brother, macht was! Nein, Costa ist tot. Jawoll! Big Brother hast gewonnen. So, letzte Runde. Tankel. Ich verziehe mich erstmal hier ein bisschen weg, weil ich habe keinen Bock, direkt schon wieder umgebracht zu werden. Ja, ich auch. Erstmal gucken, von unten schießen. Von unten wie so ein Feigling. Nein! Ich bin tot! Ja, von Costa. Costa! Komm, mein Team, macht was. Die letzte Runde, ihr müsst für euch entscheiden. Ne, 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 das wird nichts, glaub mir. Doch, doch, doch. Costa! Du musst sterben! Seh's ein! Big Brother, wir brauchen dich. Wer ist da unten noch? Nicole! Und, 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 hier, Troller lebt auch noch. Ey, wir können hier echt Doppelsprung machen, kann das sein? Ja. Wusste ich gar nicht. Jetzt leben wir noch zwei. Man lernt immer dazu. Strengt euch an, Leute. Jawoll! Lukas hat schon, hier, Troller hat schon mal abgedanced hier oben. Ah, Big Brother was killed. Ja, genau, Costa, lernt es schon mal. Okay, Junkle, ich würde sagen, wir treffen uns in der Lobby. Das war's für heute. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Hat echt mega Spaß gemacht. Mal gucken, vielleicht könnte man das Ganze nochmal öfter malen mit anderen Spielmodi. Ich denke, da haben MTS immer die Möglichkeit dazu. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao! Tschüss!